Neuer Monat, neuer Adler-Träger. Heute mit zwei Protagonisten, nämlich zwei unserer Spieler. Revoje Smolcic und Christian Jakic, also beide Kroaten zusammen. Wir möchten sie euch etwas näher vorstellen und dabei starten wir drüben auf dem Trainingsplatz, denn da wird nämlich gerade fleißig trainiert. Christian, Revoje, wer hat heute besser trainiert? Was du erzählst? Ja! Was du mit dir? Wer hat den Kopf gespielt? Wir sind Stoppers, was du mit dir? Nein, nein, im Training, wir spielen. Die Kopf gespielt. Ja, ja. Ihr seid euch Adler. Wie waren deine ersten Monate hier in Deutschland? Wie bist du generell mit deiner Entwicklung auch zufrieden? Ja, das ist gut für mich. Ich glaube, dass die Präume gut ist. Ich glaube, dass sie sich gut für die ersten Monate sind. Ich glaube, dass sie sich gut für mich mit dem heutigen Teilen sind. Ich sehe, dass sie sich selbst ein bisschen weiterentwickeln. Es ist sicher, dass es große Unterschiede aus der Hrvatske hier zu kommen. Ich glaube, dass sie sich gut für diese Zeit haben. Aber ich glaube, dass es alles gut ist und alles auf der Planung ist. Alle Minuten kommen. 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 Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich versuche diese Minuten. Ich versuche, dass wir zusammen mit der Hrvatske mit der Hrvatske. Christian, wenn du den Hrvoje von Sommer und den von jetzt siehst, hat das schon verändert? Ich weiß ihn schon. Als wir in der Hrvatske mit der Hrvatske gewinnen sind, er hat sich sicher, dass er viel weiterentwickelt ist, weil er viel weiterentwickelt ist, weil er viel weiterentwickelt ist. Er ist auf einem höheren Niveau als in der Hrvatske mit der Hrvatske. Es geht nur an der Physik. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass er beginnt zu bekommen. Ich bin sehr froh. 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 Ich hoffe, dass er weiterentwickelt wird. Ich hoffe, dass er weiterentwickelt wird. Ich sehe, dass er viel weiterentwickelt wird. Ich sehe, dass er mit ihm zusammen mit ihm ist. Ich sehe, dass er ein viel weiterentwickelt ist. Ich sehe, dass er noch mehr auf die Seite sieht. Europa-League-Sieger mit Eindrath Frankfurt. Jetzt Champions League, der dritte Finale. Du hast dich damals verpasst, als du im August 2021 gewechselt bist? Ich bin immer sehr optimist. Ich habe große Herausforderungen. Ich wollte mich für einen Ziel ein bisschen versuchen, zu versuchen, mehr trofeier zu erweitern. So dass du auf einen Rand anstiegst, dass du in einer Hand fühlst, 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 und ich habe meinen Europa-Liga gesucht. Ich habe mich nicht mehr erlaubt, aber für mich persönlich hat 2022. Ich denke, dass ich diese Jahrzehnte und ich mich daran erinnere, und ich werde mir eine Jahrzehnte mehr Freude und mehr Freude. Ich habe mich nicht mehr erlaubt, Ich bin so schnell, aber ich hoffe, dass ich mich über mich selbst fühle. Perfekt. Danke für den ersten Part. Ihr geht jetzt duschen, dann gehen wir zum Friseur. Dann geht es zu der Szene Hose. Perfekt. Hallo. Auf der Seite 0, kurz. Und ein bisschen, nicht zu viel. Beide es nicht, oder? Beide es nicht. Ich glaube, es ist die größte Unterschiede in der Freude. Ich glaube, es ist die größte, die sich auf die Freude zu machen. Ich glaube, es ist das die größte, die sich auf die Freude zu machen. Ich glaube, es ist die größte, die sich auf die Freude zu machen. Ich glaube, es ist die größte, die sich auf die Freude zu machen. Ich glaube, es ist die größte, die sich auf die Freude zu machen. Ich glaube, es ist das die größte, die sich auf die Freude zu machen und ich bin sehr gut. Ich glaube, es ist die größte, die sich jetzt auf der Freude zu machen, wie es auch nicht so ist. Ich denke, du kannst dich mal in Englisch sprechen. Wir können nicht nur sagen, dass es uns am besten ist, dass es uns am besten ist und am besten kommuniziert wird. Aber es gibt noch ein wenig Zeit, und ich hoffe, dass wir das auch noch verbessern. Weiß er eigentlich, dass er auch oft mal zu der Spielart, mit seiner Vorgängerbarkeit mit Integrationsspiel, auch so vom Linksfuß, Kretsche und Kopfball spielt, das so ein bisschen parallel, also wie Fans immer sagen, kommt noch ein bisschen wie Inti schon? Aber ich bin sehr froh, das zu hören. Ich weiß, wie er heute ist. Ich bin sehr froh, dass ich mich mit ihm beschäftige, so ich bin sehr froh, dass sie mich mit ihm beschäftigt haben. Wir sind möglich, wir sind bläbige, weil wir sind ein bisschen größer und leiser. Wir sind deshalb, dass wir uns in identischer Positionen mit uns sind und es ist sehr froh, dass ich ihn in den Kopf zurückkehren und dass ich ihn schaffe, wie er ist. Es ist nur für mich, um mich zu arbeiten und dann, wenn ich Gott wünsche mir, dass ich jeden Tag gewisse, was hier ist. Vielen Dank. So, Smola ist jetzt noch hübscher als vorher und jetzt gehen wir zu Christian Jakic nach Hause und dann schauen wir mal ganz kurz, wie die Wohnung aussieht. Komm, auf geht's! Let's go! Auf geht's! Auf geht's! Ja, ja, ja! Ja, ne, ich brauche, da bin ich immer, da bin ich zur Poste. Jakic! Ja, 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 ja! Fajde! So, wenn du einen guten Tag starten, dann muss ich einen guten Kaffee trinken. Okay? Ja, ja! Ja, ja! Christian, drei Sachen, die in deiner Wohnung nicht fehlen dürfen. Der erste. Kaffee, Struje für Playstation und Wasser. Was macht ihr so den Tag zusammen? Ihr verbringt ja schon viel Zeit miteinander, ne? Was? Ja, ja! oder so etwas. Und dann machen wir eine Serie oder etwas. Wir machen immer wieder so etwas. Und das ist nicht so, wir machen immer wieder. Wir machen immer wieder einen Tag. Ja, ich sage die Regeneration. Ich will kurz, ob ihr euch wirklich gut kennt. Was ist Christians Lieblingswort auf Deutsch? Simone, wie sieht es aus? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Easy, brate. 3... 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 7. Eine Ewigkeit später. Man, nichts, brate. Das ist schnell. Das ist schnell. Was ist das? Heute ist es schnell. Das ist schon mal ganz, zumindest fast richtig geschrieben. Die Lösung, Christian? Was ist das? Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, ja. Warte. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance, aber jetzt. Ich habe keine Chance, aber jetzt. Nein, ich habe jetzt. 1, 0 für mich. Bufo hat smaller Angst. One word, oder? Ja, ja. Uh. Ok, 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 ok. 2, 0 für mich. Mar Deal haben. Tab das135-0. Nein, wir sehen jetzt! Er hat sich jetzt RandyAM. Ja. Ich habe einen來zzant. Es hat sich damit gemacht? oder? Er ist das ja sowas für Katochia语? Ich sage auch an schöp insane? Ja, das ist esペー klar. Weiter. Eine Position, die Christian nicht spielen kann. Kul, du weißt nicht. Nein, du musst dir fallen. Nein, du weißt nicht. Was ist das? Versteh mir, brate, etwas. Kul, du weißt nicht. 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 Ich weiß nicht, du weißt nicht. Ich weiß nicht. Was ist Smalles Lieblingsessen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wo wird er wissen? Nein, du weißt nicht. Ich werde das nicht schreiben. Ich werde das nicht schreiben. Nein, du weißt nicht. Es ist eine Theorie. Ich werde jetzt spielen, um dich zu gewinnen. Du kannst dir einen Schwerpunkt für romantische. Was hast du geschrieben? Ich weiß nicht. Drinom. Nein, du weißt nicht, du weißt nicht. Nein, nein. Nein. Du musst du das machen? Ja. Gula. Ja, ich glaube, ich habe mich zu verstanden. Lass. Welche Eigenschaft, Christian? Richtig und Smüle auf? Oh. Da ist es auch noch viel einfacher. Prenz das. Keine Anung. Was ich nennen? Was ich nennen? Was ich nennen? Nein, ich weiß nicht. Ich werde es nicht. Ich werde es sehen. Wie du siehst du? Ich werde es gerne roman zu schreiben, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich werde es nicht mehr zu gucken. Ich werde es nicht mehr zu spielen. Ich werde es nicht mehr zu machen. Ich werde es nicht mehr zu schreiben. Nein, du bist da lecker. Du bist da lecker. Noch eine. Noch zwei. Welches Hobby hat Christian früher neben Fußball gespielt? Ja, aber ich weiß, aber... Es ist auf dem Buch, oder? Ja, ich habe einen Kopf. Ja. Ja? Ja. Ja. Vina? Nein, nein. Du willst du spielen? Du willst du spielen? Nein. Du willst du spielen? Du willst du spielen? Tu, tu, na klubu. Na jeba. Alles ok, na? Now I can't win. I can't beat. Brate, ali sam ja loš. Daj, ci jevem ti. Lidio, ove tika takje. Dođ, dođ, mole. Ajde, nemoj se bojati. Se bojiš? Tako je. Ajde, Markinho, si zađe van jebot. A vidiš ti, kad se tebe stavio. Druga. Heee! Moj mu ne, jedan usporeniji. I can't score. He play with, hrvo je. Jebo te, pusti ga u offside-u. I can't score. I can't score. I can't score. I can't score. Nemoj mi, na kontra jebote. I can't score. Ajde, malo. Offside. Ništa. Offside! A offside je jebot. Stavim da vidimo voda. Offside! Prate. Prate, offside. Prate, offside. Ha? Jećeš gola. Ajde, daj da vidimo. Offside bro. Hvala, nema offside. Ništa, ništa ira. Si, platili smo sud. Jesi ti vidio ovo čisti offside? Eee! Mugio! A jevem tigricu, ej. VAMOS! A vajte. Eee! Kako se činovala! Eee! A čovjek ide sauna gub... Opa! A šta će mi pelegrinim i zabijel gub? Ček, 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 ček. A gdje sam ja? Ček, ček, ček... Ček, 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 ček... Mo bro, Smola zmaju! Ich kann es nicht gegen Smolajen spielen. Es ist nicht möglich. Ja! Verst du das an Glasner, bitte. Hey, Danska! Hey, Danska! Kolo! Kolo, Ani! Nernst du, Brate! Easy! Ich hab's gesagt! Easy! Ich hab's nicht gespielt. Ich glaube, 4 Jahre. FIFA. Was nicht? Danke! Okay, genug. Hey, Leute! Stopp, bitte! Das ist der letzte Wessel. Der große Held ist hier. PSG lose. Mario! 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 Mario, ich hab's gesagt. Mario, Brate! Danke, danke! Danke, danke! Ich kann es sagen. Hm. Ich hab's gesagt. 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 Offside. Offside! Hey! Hey! Noch, noch! Jetzt! Schmeck dir Private Tommy! Schmecken dir deine perste werden. Schmecken dir deine peehe? Schmecken dir dieЫ! Schmecken dir die dascons وا maker. Schmecken dir das物. Schmecken dir das voll. Schmecken dir. Schmecken dir das. Schmecken dir das. Enfods. Schmecken dir das wurden. Schmecken dir das noch. Schmecken dir das. Schmecken dir das noch. Schmecke aus meiner Falch Globalvidemment advantage. Der Sahne ist der sie resultat. Aufsicht, Brat, guck mal, guck mal. Ha? Ich habe es nicht wahr, ich habe es nicht wahr. Aufsicht! Nein, nein, nein. 10 cm. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein, Brat, ich bin gar nicht. Das kann nicht sein, Brat. Das kann man sich nicht sein. Ich habe das Leben nicht gesehen. Ich habe das Leben gesehen. Das ist ein Fisch. Ich habe das ein Fisch. Ich bin ganz klar. Ist Christian noch nicht verloren? Ja, das ist das alles. Das ist das alles. Aber ich weiß nicht, ob ich mich er nicht wahrnimmt. Denn das ist wichtig für 2-1. Es ist ein Fisch. Ich weiß nicht, ob ich mich er nicht wahrnimmt. Aber die Kamera selbst hat sich hierher. Ich weiß nicht mehr was ich sagen. Ich weiß nicht mehr was ich sagen. Das ist für mich ein Vorteil. Wenn jemand nicht gewidmet, dann ist es, dass er es zu sein. Aber er ist ein Fisch. Ich habe das Spiel. Ich mag das. Aber ich mag das. 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 Es muss ihn manchmal ein bisschen bremsen. Es gibt ja solche Situationen, lustige Videos wie Christian Flehen, den Schiedsrichter oder auf dem Boden haut. Muss er ihn manchmal ein bisschen bremsen? Er ist immer ein bisschen lebendiger und agressiver. Aber ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Wenn ein bisschen ein Fisch ist, dann würde er nicht mehr erlauben uns. Aber ich mag das. Ich mag das. Wenn ein Fisch ist, dann wird er etwas zurückgefallen. Ich mag das. Ich mag das. Aber nicht so wie er. Er ist nicht nur noch der Vorwunsch, sondern auch die Spieler, die Spieler, die Gegner, alles ist. Aber es ist gut. Aber dafür ist nichts ein Fisch. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Es ist gut. Aber dann ist es gut. Dann ist es gut. Und dann ist es auch agressiver. Aber ich mag das. Und dann gehen wir da raus, okay. Also ein Adlerträger mit zwei Kroaten wäre natürlich kein richtiger, wenn wir nicht noch zum Kroaten gehen. Deswegen geht es jetzt an den Riederwald zur Diva und ich habe gehört, der Verlierer muss zahlen. Zumindest hat es Christian gesagt. Also, auf geht's. Jetzt sind die Schenke blieben. Nochmal, ihr müsst mit nachlaufen. Ihr seid ja beide sehr verwurzelt noch in Kroatien. Wie wichtig ist euch denn die Familie? Ich habe immer so den Eindruck, dass in Kroatien das auch sehr gelebt wird. Es ist normal, dass ich die Familie verloren habe. Ich bin sehr verletzt mit meinen Kindern. Es ist normal, dass ich mich verloren habe. Jetzt ist der erste Klub im Inozemstu, wo ich nicht mit der Familie bin und ich sie sehen, wo ich sie ein paar Monate sehen. Ich habe mich nur auf das und es ist nicht leicht, aber es ist gut. Es ist gut, wenn ich sie kommen, die Eltern kommen und die Eltern arbeiten und die Eltern arbeiten. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn seit einem halben Jahren gesehen. Ich freue mich, aber ich sehe es nicht so oft, aber ich sehe es gut, dass ich sie sehen, um das Zeit zu machen und uns zu beenden, um alles zu verabschiedern. Ich bin sehr viel Freude, ich bin sehr verabschiedet mit ihnen und mit der ganzen Team und mit der Freunde. Ich sage wirklich, dass ich jeden Tag warte, wenn ich mich zurückkehren muss, dass ich mit ihnen ein wenig Zeit spende, was ich mit ihnen machen kann. Weil ich mein ganzes Leben und seine Karriere bin. Ich bin von ihnen von 15 Jahren gelebt. Ich bin von ihnen zufrieden. Ich habe mich sehr viel geholfen. Schnitzel. Ich möchte, was mir am meisten gefällt, zwischen Niemann und Hrwatsch, ist das, dass die Stadion immer wieder erlaubt sind, dass die Spieler viel mehr im Klub haben, viel mehr auf die Stadion, viel mehr auf die Stadion, viel mehr auf die Stadion sind. Ich habe mir viel größer Spiel gewonnen, das ist mir die größte und größte Unterschiede. Anfang der Saison sind zwei Leute weggewechselt, die euch auch nahe standen, Aydin Rustic und Filip Kostic. Ich würde gerne versuchen, dass wir einen mal anrufen. Vielleicht Christian du? Aydin und Filip sind weg. Da sind wir hier? Ja, da sind wir ein paar Malen, die müssen uns filmen. Wo bist du, Brate? Ja, Brate, ich sehe dich, Brate. Ich sehe dich, Brate. Ich sehe dich, Brate. Ich sehe dich, Brate. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich hier. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Brate, ich sehe dich. Ja, ich höre dich. Ich sehe dich, Brate. Ich sehe dich, Brate, ich sehe dich. Wir sind auch nicht. Aber wir wissen, dass es nicht ist. Wie geht es? Du kassiert, nicht? Du kannst mir jetzt mal wieder. Aber ich bin wieder bei uns. Früher war es Kacinovic, Jovic, Rebic, jetzt sind die Namen Smolcic und Jakic. Woher kommt das? Ist es so, dass in einem kleinen Land immer so ein sehr enger Zusammenhalt herrscht? Es ist normal, dass wir uns präventlich zusammenhängen. Denn, wie ich weiß, niemand von uns in den Balkanern sagt, ich glaube, wir werden lernen, aber ich glaube, dass unsere Verbindung mit Balkanern ist normal. Wir sagen unsere Sprache, dass wir uns mehr zusammenhängen. Das ist der Grund, dass wir einen eigenen Weg haben. Ich denke, es ist nicht so, dass wir uns Zeit mit jemandem, der nicht unser ist und mit dem ich mich fühle. Ich glaube, dass es wirklich nicht besser ist, denn wenn du von der Lande bist, du hast jemanden von uns, mit dem du kommentieren kannst. Es ist wirklich schön, dass es jemanden von uns in der Welt ist und mit ihm Zeit mit ihm. Das ist ein bisschen unfairer Frage, aber in Bewerbungsgesprächen gibt es immer die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Die Frage würde ich gerne Ihnen stellen. Wie ist Ihre Planung? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Zu Hause. Ich denke, ich kann mich hier wirklich interessieren. Ich bin wirklich interessiert. Ich habe keine Probleme, dass ich hier im Klub ist. Es ist auf einem höchsten Niveau. Es ist wirklich super. Aber ich habe ein Gefühl, dass ich noch irgendwo in einem Landein eine Erfahrung, eine Erfahrung. Ich bin nicht sicher. Ich habe ein Gefühl, dass ich noch eine Erfahrung habe, in Spanienland, aber ich sage, dass ich mir kein Problem bleibt hier. Und ich glaube, dass ich nach dem Ende der Karriere bin, zurück in Hrvatschland, ich weiß nicht welcher Klub, vielleicht auch mein ehemaliger Klub Rijeka, aber ich glaube, dass ich Rado wieder zurückkehlt, vielleicht zwei Jahre zu arbeiten. Wo steht Ihr Eintracht in fünf Jahren? Der Verein hat eine großartige Entwicklung gemacht, Christian lebt das ja mit, jetzt Roboja auch. Was glauben Sie, in welche Richtung der Verein gehen wird? Ich denke, dass der Klub in einem wirklich sehr gut ist. Ich denke, dass er gut ist. Aber es ist normalerweise schwer zu sein, auf der größten Ebene, in der Grunde der Bundesliga und spielen. Das ist wirklich ein Problem für den Klub. Das ist wirklich ein Problem für den Klub. Ich glaube, dass er das ist. Ich glaube, dass er das Rhythm ist. Aber es ist wirklich schwer, dass er das Jahre lang ist. Ich glaube, dass er das ist. Ich glaube, dass er so ist. Ich glaube, dass wir ihnen helfen können. Aber ich glaube, dass er das ist. Ich glaube, dass er das richtig ist. Ich bin stark, dass ich hier einen Jahr lang und eine Stunde bin, weil ich es sehr schnell war. Ich glaube, dass er viele Jahre lang ist. Die Klub wird sehr viel und es ist das sehr beeindruckt. Ich bin froh, dass ich ihn spielen. Ich denke, dass er fünf Jahre lang ist. Ich glaube, dass er ganz gut ist. dass er dann wirklich auf der Grunde ist. Das ist eine schöne Antwort. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass ihr noch lange ein Teil von Eintracht Frankfurt bleibt und seid und euren Teil jetzt beitragen könnt. Vielen Dank für den Tag. Bitte schön, bitte schön. Und wir sehen uns auf dem Trainingsplatz. Das war unser Adler-Träger mit den beiden Defensiv-Spezialisten aus Kroatien, Revoje Smolcic und Christian Jakic. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Adler-Träger wieder. Bis dann, ciao.